Und zwar möchte ich heute über Axolotl reden, das ist das Instant Messaging Protokoll, das Signal und WhatsApp für ihre Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verwenden. Und gleich vorweg, wenn spontan irgendwelche Fragen auftreten, bitte gleich, ich habe relativ viel Zeit zwischendrin, das heißt, man muss sich das nicht bis zum Ende aufheben und das ist aus gegebenem Anlass häufig hilfreicher, wenn die Fragen direkt beantwortet werden, weil man dann den Zusammenhang besser versteht. So, erstmal kurz über mich, ich studiere Elektrotechnik am KIT, bin relativ begeistert für freie Software und GNU-Linux, relativ viel auf GitHub aktiv und momentan implementiere ich Axolotl, das mittlerweile übrigens auch umbenannt wurde zu DoubleRatchet, habe ich so das Gefühl, habe ich noch nicht so ganz durchgeblickt, in einer freien Library namens Molch für das Unternehmen 1984-Not-GmbH, das ein Kryptomessenger machen möchte. Kleiner Disclaimer, ich bin kein Kryptologe und ich war auch nicht an der Entwicklung von Axolotl beteiligt, das heißt, alle meine Informationen habe ich aus öffentlich verfügbaren Quellen. So, warum braucht man überhaupt Axolotl? Also ich habe hier mal Auflistungen von beispielsweise PGP, das man seit Ewigkeiten schon für E-Mail-Verschlüsselung benutzt, OTR, das bei Instant-Messaging sehr gebräuchlich ist und jetzt mal Axolotl und dann verschiedene Eigenschaften und ob sie erfüllt werden oder nicht. Natürlich gibt es noch jede Menge andere Protokolle, die jeweils ein Subset dieser Eigenschaften erfüllen, aber im Großen und Ganzen hilft das, um zu verdeutlichen, warum man Axolotl eigentlich braucht. Und zwar mit PGP kann man nicht besonders gut synchron kommunizieren. Also synchron im Sinne von, beide Leute sind gleichzeitig online und tauschen Nachrichten aus. Ist ein bisschen Definitionssache, aber es ist zumindest nicht direkt ins Protokoll eingebaut mit Message-Numbering und Ähnlichem. OTR ist extra dafür gebaut worden, dass man synchron kommuniziert und Axolotl kann es halt auch. Asynchron wiederum kriegt OTR so gut wie überhaupt nicht hin. Also man kann es schon machen, aber nur wenn man die Sicherheit dafür aufs Spiel setzt. Und PGP wurde dafür geschaffen, aber Axolotl ist dafür auch gedacht. Forward Secrecy hat man bei PGP keine. Auf die einzelnen Begriffe gehe ich nachher nochmal ein. Bei OTR war es eins von den Hauptzielen bei der Entwicklung, dass Forward Secrecy umgesetzt ist. Axolotl kann auch das. Und Plausible Deniability, erkläre ich auch später nochmal genauer, hat man bei PGP nicht. Es sei denn, man fängt an, seine Nachrichten nicht zu signieren. In dem Fall kann man es aber gleich wegschmeißen. OTR hat das und Axolotl auch. Es gibt natürlich viele andere Protokolle, aber die meisten davon vereinen nicht das alles, was Axolotl vereinen kann. So, das ist das Axolotl-Protokoll. Als ich angefangen habe, das zu implementieren, saß ich so vor diesem Text, habe mir das durchgelesen und mir gedacht, okay, gut. Gut, aber ich führe vielleicht erstmal ein paar Grundlagen ein. Und zwar erstmal eine Hash-Funktion. Was ist eine Hash-Funktion? Ich habe irgendeinen Datensatz, eine Datei, einen String, sonst irgendwas. Stecke das in eine Hash-Funktion und bekomme einen sogenannten Hash raus. Das ist eine Zeichenkette, also eine Byte-Kette fester Länge mit bestimmten Eigenschaften. Nämlich, wenn ich diese Kette von Bytes habe, komme ich nicht einfach zurück auf den Input, den ich in die Hash-Funktion gesteckt habe. Also nur durchprobieren und letztendlich über eine Buffet-Attack sozusagen. So, wenn ich die Daten, die ich reingebe, nur ein bisschen verändere, dann hat die Hash-Funktion die Eigenschaft, dass das, was rauskommt, komplett anders ist und da kein großer Zusammenhang besteht. Jetzt zu Message-Authentication-Codes. Erstes Szenario. Wir haben Alice und Bob und Alice hat eine Nachricht. Die möchte sie gerne Bob schicken. Was macht sie jetzt? Aber es gibt auch noch Eve. Und Eve liest mit und kann den Datenstrom zwischen Alice und Bob beeinflussen. Was macht Eve jetzt? Tauscht die Nachricht aus durch eine andere und schickt das weiter an Bob. Und Eve freut sich, weil das hat perfekt funktioniert. Als Lösung für dieses Problem gibt es Message-Authentication-Codes. Es gibt auch noch andere Lösungen, aber ich möchte jetzt auf Message-Authentication-Codes eingehen. Wir haben eine Nachricht und einen Schlüssel und eine Mac-Funktion, in dem Fall eine Hash-Mac-Funktion. Und daraus bekommen wir einen sogenannten Message-Authentication-Code, ein Mac. So, was kann man damit anfangen? Wir haben wieder Alice und Bob. Beide haben einen gemeinsamen Schlüssel. Und Alice hat wieder eine Nachricht, die sie schicken möchte. Aber als erstes benutzt sie ihren Schlüssel, um einen Message-Authentication-Code zu generieren. Schickt das Ganze los. Eve bekommt das natürlich wieder mit. Tauscht die Nachricht aus. Es wird an Bob weitergeleitet. Okay, Bob nimmt jetzt seinen Schlüssel, bestimmt auch den Message-Authentication-Code von der Nachricht, merkt aber, der ist anders als der, den Alice gemacht hat. Und dementsprechend weiß er, die Nachricht kann nicht korrekt angekommen sein und löscht sie einfach. Und Eve ist natürlich traurig, weil das hat nicht funktioniert. Andere Lösungen für das Problem sind Signaturen mit Public-Key-Cryptography. Wir haben einen Private-Key, den hier, und einen Public-Key. Und eine Nachricht. Wir nehmen die Nachricht und den Private-Key, stopfen das in irgendeine Funktion, die signieren kann. Und bekommen eine Signatur daraus. Auf der anderen Seite, wenn wir das verifizieren wollen, nehmen wir eine Verifizierungsfunktion, die Nachricht, dann die Signatur und den öffentlichen Schlüssel. Und das sagt uns dann, okay, die Signatur ist gültig, oder nein, die Signatur war nicht gültig. Wie sieht das jetzt aus? Selbes Szenario wieder, nur dass Alice und Bob, in dem Fall, Alice hat einen Private-Key und einen Public-Key. Und Bob hat den Public-Key-Anteil davon. Jetzt macht Alice eine Signatur, schickt es los, Eve tauscht wieder die Nachricht aus und Bob kann jetzt mit der Verifizierungsfunktion feststellen, Aha, Signatur ist falsch, kann die Nachricht löschen. Alle sind glücklich. Bis auf Eve. Wenn man über Signaturen spricht, dann kann man auch anfangen, über Plausible Deniability zu sprechen. Sagen wir, Alice hat eine Nachricht signiert mit ihrem privaten Schlüssel und Eve hat das abgefangen. Jetzt kann Eve sagen, du, Alice, hast diese Nachricht geschrieben, weil du bist die einzige Person, die diesen Schlüssel hat. Alice kann jetzt sagen, nein, das war ich nicht, aber sie wird trotzdem verhaftet dafür, dass sie diese Nachricht geschrieben hat, weil es wurde darüber, dass sie die einzige im Besitz dieses Schlüssels ist, nachgewiesen, dass sie diese Nachricht geschrieben hat. Plausible Deniability sagt einfach nur, es gibt keine Signatur, die nur von der Person erstellt worden sein kann, die diese Identität oder diesen privaten Schlüssel hat. Das heißt, vor Gericht gäbe es genauso viel Beweislast gegen jemanden, wie wenn man einen Klartext-Mitschnitt hat. Zugegeben, Klartext-Mitschnitte reichen in der Regel auch aus, um Leute zu verhaften, aber die Situation ist zumindest ein bisschen besser. Symmetrische Verschlüsselung. Wir haben wieder Alice und Bob. Alice hat eine Nachricht, die sie schicken möchte, einen Schlüssel und irgendwie hat Bob auch denselben Schlüssel. Sie verschlüsselt das und Bob entschlüsselt es wieder mit dem selben Schlüssel. Wie kommt jetzt der Schlüssel eigentlich von A nach B? Und da kommt jetzt Diffie-Helman ins Spiel. Ich habe jetzt nicht den ganzen kompletten Diffie-Helman-Key-Exchange genommen, sondern einen mit hart codierten Parametern, weil das auch das ist, was in Axolotl eingesetzt wird. Wir haben Alice und Bob. Sie haben beide ein Private und ein Public Key. Das sind jetzt jeweils unterschiedliche. Und den Public Key, den tauschen sie aus. Das heißt, Alice hat jetzt Bobs Public Key und Bob hat Alice Public Key. Alice macht jetzt Folgendes. Sie hat diese Diffie-Helman-Funktion mit ganz tollen Eigenschaften, die man gleich sehen wird. Sie nimmt ihren eigenen Private Key und Bobs Public Key, den sie bekommen hat und bekommt daraus einen Shared Secret. Shared Secret, weil sehen wir gleich. Bob hat dieselbe Diffie-Helman-Funktion, nimmt aber seinen eigenen Private Key und Alice Public Key. Und hier passiert jetzt die Magie. Aufgrund der Eigenschaften der Diffie-Helman-Funktion kommt dabei derselbe Shared Key raus. Das heißt, somit ist das Einzige, das ausgetauscht wurde, dieser Public Key und trotzdem, den ja alle wissen dürfen und trotzdem haben beide ein gemeinsames Shared Secret, das nur sie kennen. Dann zum Prinzip der Forward Secrecy und warum man das vielleicht haben möchte. Erstmal das Szenario ohne. Wir haben wieder Alice und Bob. Beide haben einen Schlüssel. Haben sie zum Beispiel über Diffie-Helman ausgetauscht, wer weiß. Jetzt gibt es die erste Nachricht, die wird von Alice mit dem Schlüssel verschlüsselt und an Bob geschickt. Aber unser alter Bekannter Eve ist auch wieder mit dem Spiel und schneidet die verschlüsselte Nachricht mit. Einfach mal so Vorratsdatenspeicherung, so nach dem Motto. Dasselbe mit der nächsten Nachricht, selber Schlüssel, selbe Nachricht, äh, nee, nicht selbe Nachricht, neue Nachricht, neuer Cypher-Text wird auch mitgeschnitten. Jetzt haben wir vielleicht ein paar Jahre später, keine Ahnung, Gerichtsprozess oder Ähnliches und jetzt wird das Handy beschlagnahmt oder der Computer oder sonst was. Und, ähm, wir haben immer noch die mitgeschnittenen Daten hier. Also wir gehen jetzt davon aus, dass die hier nicht mehr verfügbar sind, weil sonst wäre das Szenario irgendwie, äh, sinnlos. Aber, wir haben immer noch diese zwei, ähm, äh, verschlüsselten Nachrichten. Jetzt holt sich Eve den Schlüssel und kann die einfach beide entschlüsseln, ohne diesen Klartext hier jemals gesehen zu haben. Will man natürlich nicht haben. Ich meine, Eve freut sich, aber Alice und Bob eher weniger. So, wie kann man das Ganze besser machen? Alice und Bob haben jetzt einen Schlüssel, der mit eins nummeriert ist und benutzen den, um die erste Nachricht auszutauschen. Äh, Eve schneidet das natürlich wieder mit, wie im vorherigen Szenario. Aber jetzt passiert was Besonderes, nämlich, Alice und Bob machen einen zweiten Schlüssel und löschen den ersten. Wie der zweite Schlüssel zustande kommt, das, ähm, hängt davon ab, was man tut, aber in dem Fall nehmen wir das einfach mal hin. Genauso die nächste Nachricht. Nachricht Nummer zwei wird mit dem zweiten Schlüssel verschlüsselt, wird verschickt, wird von Eve mitgeschnitten. Und jetzt werden die Schlüssel auch von Alice und Bob gelöscht. Die Schlüssel gibt's nicht mehr, mit denen die Nachrichten verschlüsselt wurden. Weil die Nachrichten sind ja bei Bob angekommen, also braucht er die Schlüssel auch nicht mehr. Wenn jetzt, ähm, einige Zeit später Eve versucht, an die Schlüssel ranzukommen, um, äh, den Cyphertext wieder zu entschlüsseln, dann wird ihm das nicht gelingen. Und, ja, freut sich nicht unbedingt darüber. Ja? Ähm, dann müsstest du sie halt selber speichern. Aber man speichert sowieso nicht den Cyphertext, sondern, man kann auch den Cyphertext speichern, aber in der Regel speichert man an dem Ende, an dem die verschlüsselte Nachricht empfangen wurde, schon die entschlüsselte Nachricht und nicht den Cyphertext. Aber, ähm, falls du nicht möchtest, dass gelesen wird, was du geschrieben hast, dann kannst du ja einfach deinen Cyphertext löschen und brauchst dich nicht darum, äh, nicht deinen Cyphertext, Entschuldigung, deine Nachricht, die du empfangen hast oder geschrieben hast, löschen und musst dich nicht um diese zwei Cyphertexts hier kümmern. So, Key Derivation. Wir haben ja schon gemerkt, dass es hier diese zwei Schlüssel gab, die dann plötzlich erschienen sind. Ähm, wir haben einen alten Schlüssel und wir haben eine sogenannte Key Derivation Function mit einem Subkey Counter. Wenn wir, ähm, diesen alten Schlüssel und die Zahl in die, die Key Derivation Function reinstecken, dann kommt da ein neuer Schlüssel raus, ein Subkey 1. Dasselbe kann man mit einem neuen Subkey Counter machen. Dann haben wir der Subkey 2. Jetzt ist es folgendermaßen, wenn wir die beiden Subkeys 1 und 2 haben, haben wir keine Möglichkeit, also ähnlich wie bei der Hash-Funktion, also keine einfache Möglichkeit, auf den Ursprungs-Key zurückzuschließen. Genauso sind die beiden Subkeys nicht irgendwie auf eine Art und Weise zusammenhängend, dass man ähm, herausfinden könnte, wenn man nur die Schlüssel hat, dass sie von demselben Key abgeleitet wurden. So, jetzt sind wir mit den Grundlagen durch und sind bei Axolotl selbst angekommen. Wir haben Alice und Bob und die wollen eine Nachricht austauschen und schaffen es irgendwie einen Master-Key auszutauschen. Irgendwie, weil es ist im Axolotl-Protokoll nicht spezifiziert. Daraus leiten sie einen Root-Key ab und anfangen mit diesem Root-Key beginnt Alice eine sogenannte Message-Chain. Verschickt die erste Nachricht, zweite Nachricht und so weiter, bis irgendwann Bob antwortet und dafür entsteht ein neuer Root-Key und eine neue Message-Chain mit der ersten, zweiten Nachricht. Dann antwortet Alice wieder, macht auch wieder neuen, sorgt auch dafür, dass es wieder einen neuen Root-Key gibt. Mal nochmal so zum Verständnis, diese Root-Key die sind gleich auf beiden Seiten, die kennen beide. Das ist ein Shared-Secret, um das nochmal klarzustellen. So, jetzt mal mehr zu den Details. Wie passiert das mit diesen Root-Key? Ja, Frage? Ja, Ich soll die Frage wiederholen, ja. Die Frage war, ob Yves, wenn sie oder er den Master-Key bekommt, dadurch alle Root-Keys herleiten kann. Und nein, das geht nicht so einfach, dafür gibt es nochmal weitere Maßnahmen. Aber es ist trotzdem sehr schlecht, weil als aktiver Angreifer kann man das dann letztendlich schon unter bestimmten Bedingungen. Okay. So, wie kommen diese Root-Keys zustande? Und zwar, wir haben den Eton-Root-Key und einen Kurzzeitschlüsselpaar, einen privaten und einen öffentlichen Kurzzeitschlüssel. Wo die herkommen dazu später? Wir nehmen den privaten Kurzzeitschlüssel und den öffentlichen und machen damit wieder unser Diffie-Hellman. Das hängen wir zusammen mit dem Root-Key, dem Eton, und machen damit die Key-Derivation-Function mit Sub-Key-Counter-1. Also es steht ein bisschen anders im Protokoll drin, da wird das mit einer Kombination aus HMAC-Hash und dann Key-Derivation-Function gemacht, aber das Prinzip ist eigentlich das gleiche wie hier dargestellt. Und daraus entsteht dann eben der nächste Root-Key. Das heißt, um den nächsten Root-Key zu bekommen, braucht man den vorherigen Root-Key und eben ein Paar von Kurzzeit-Keys und das wird gleich noch genauer erklärt. So, wie funktioniert das jetzt genau? Ausgangssituation, wir haben einen Root-Key, in dem Fall Nummer 1. Bob hat einen Ephemeral-Key-Pair, also Kurzzeit-Key-Pair und Alice hat auf irgendeine Weise, auch dazu später, den Public-Part von diesem Key-Pair bekommen. Jetzt möchte Alice eine Nachricht schreiben und erstellt dafür ein neues eigenes Kurzzeit-Key-Pair. Das davon schickt sie den öffentlichen Part an Bob. Das heißt, Bob hat jetzt sein eigenes Key-Pair und den öffentlichen Part von Alice und Alice hatte Bobs öffentlichen Part und das eigene Key-Pair. Bob macht jetzt folgendes, Bob nimmt den vorherigen Root-Key, seinen eigenen privaten Kurzzeit-Key und Alice öffentlichen und benutzt die Key-Derivation-Function von der vorherigen Folie, um den nächsten Root-Key daraus abzuleiten. Aufgrund der Eigenschaften von Diffie-Hellmann kann Alice das Gleiche auf der anderen Seite machen, indem sie denselben Root-Key nimmt, den Root-Key Nummer eins, den eigenen Private-Key und Bob's Public-Key. Und damit hat man den Root-Key ausgewechselt durch den neuen. Genauso geht es dann weiter, wenn Bob jetzt antwortet. Ach ja, und das Einzige, was dabei übertragen wurde, um das möglich zu machen, war dieser Public-Key. Bob macht jetzt dasselbe, macht sein eigenes neues Kurzzeit-Key-Pair, sein altes wird dadurch obsolet, schickt den öffentlichen Part davon an Alice. Alice macht wieder die Root-Key Derivation, um den nächsten Root-Key zu machen. Diesmal mit dem neuen Public-Key von Bob, aber immer noch ihrem selben Private-Key von vorher und hat damit den Root-Key. Bob macht dasselbe mit seinem neuen Private-Key, aber dem gleichen Public-Key, den sie auch vorher schon von Alice hatte. Den er von Alice hatte vorher. Ja, Frage? Lauter bitte. Welche Stärke haben die Ephemeral Keys? ist das Axolotl-Protokoll selbst spezifiziert nicht, welche Kryptoprimitive man verwendet, sondern nur man hat ein Public-Private Key-System mit einem Diffy-Helmen und man hat eine Möglichkeit authentifizierte, symmetrisch verschlüsselte Nachrichten zu schicken. Außerdem eine HMAC-Hash-Function und eine Key-Derivation-Function und aus diesen Primitiven wird dann das Axolotl-Protokoll zusammengebaut. Welche man dafür nimmt, ist nicht im Protokoll selbst spezifiziert. Später gehe ich noch darauf ein, welche primitive Signal und WhatsApp verwenden. So, dann macht Alice wieder ein neues Key-Pair und schickt davon den öffentlichen Part an Bob und so weiter und so fort. Wieder ein neuer Root-Key. Und so weit so gut. Ja, Frage? Wie geht man mit Race-Conditions um? Man behält die Keys schon so lange, bis man alles abgeleitet hat, was man braucht. Also, ich wollte hier nur erstmal einen Überblick machen. Wenn man genaue Details wissen möchte, dann kann man mit dem Überblick, den ich vermittelt habe, auch das Protokoll selbst durchlesen, hat vielleicht ein Verständnis dafür, wie das alles zusammenhängt. Jetzt das Ganze nochmal. Wir haben den Eton Root-Key und Alice macht neuen Key und versendet Nachrichten. Dadurch gibt es einen neuen Root-Key. Bob macht das neue Ephemeral Key Pair, macht damit eine Message Chain und es gibt einen neuen und so weiter. Also, immer so abwechselnd. Dadurch wird das Schlüsselpaar, auf dem diese Root-Keys basieren, wird immer neu generiert und durchgewechselt. Und damit erreicht man auch eine Eigenschaft, die sich Future Secrecy nennt. Das ist kein offizieller Begriff, aber wird gerne in dem Kontext verwendet. Wenn jemand es schafft, einen von diesen Root-Keys rauszufinden und dann aber dieses Ratchet weiterläuft und Bob ein neues Key Pair macht und es schafft, dass das bei Alice ankommt, dann hat man schon verloren und kann mit diesem Root-Key gar nichts mehr anfangen. Natürlich, wenn man ein aktiver Angreifer ist, dann kann man selber die Rolle von Bob übernehmen mit Hilfe von dem Root-Key hier und kann damit das Gespräch hijacken. Aber wenn man den Zeitpunkt verpasst, an dem der ausgetauscht wurde, dann muss man wieder von vorne anfangen und den neuen Root-Key rausfinden. Und so weiter. Gut. Aus dem Root-Key wird nicht nur der nächste Root-Key hergeleitet, sondern es gibt noch mehr symmetrische Schlüssel, die hergeleitet werden, die für Axolotl gebraucht werden. Und zwar erinnern wir uns, das war die Methode, wie man auf den nächsten Root-Key kommt. Also wir machen die vier Helmen aus unseren Ephemeral Key Pairs. Also das eine ist immer von einem selbst, das andere ist immer von der anderen Person. und wir nehmen den vorherigen Root-Key. Mit Subkey Counter 1 bekommen den nächsten Root-Key. Genauso wenn man Subkey Counter 2 benutzt, bekommt man den nächsten Header-Key. Damit verschlüsselt man den Header mit Nachrichtennummern und ähnlichem. Dazu auch später mehr. Das ist übrigens nicht verpflichtend. In Axolotl kann man sich aussuchen, ob man Header-Keys benutzen möchte oder nicht. Und wichtiger ein sogenannter Chain-Key mit Subkey Counter 3. Wofür braucht man diesen Chain-Key? Für die sogenannte Message-Chain. Message-Chain, weil es aneinander verkettet ist. Wenn wir den Eton Message-Key haben und stecken das in die Key-Derivation Function mit Subkey Counter 1, bekommen wir daraus den Eton Message-Key. Message-Key, weil damit werden dann die Nachrichten verschlüsselt, die tatsächlich verschickt werden. Genauso mit Subkey Counter 2 bekommen wir den nächsten Chain-Key, also den nächsten in der Message-Chain. Es sieht dann folgendermaßen aus. Ich habe einen Chain-Key 0, leite daraus mit Subkey Counter 1 meinen Message-Key ab und kann damit eine Nachricht verschlüsseln und verschicken oder auf der Gegenseite entschlüsseln. Wenn ich das gemacht habe, lösche ich das und und genauso leite ich danach den nächsten Chain-Key ab mit Subkey Counter 2 und lösche den vorherigen Chain-Key. Und da sieht man schon, wo diese Forward-Secrecy steckt. Erstens in dem Austausch von diesen Root-Keys und zweitens darin, dass sowohl der Chain-Key, mit dem man hier weitere folgende Sachen verschlüsseln kann, als auch der Message-Key, die werden ja gelöscht, also kann man sie auch nicht mehr nachträglich klauen, um die verschlüsselten Nachrichten zu bekommen. Man hätte jetzt auch nur einen Schlüssel verwenden können, also man hätte direkt mit dem Chain-Key die Nachricht verschlüsseln können, aber das macht man nicht, damit man Langzeitaufbewahrung von Keys machen kann, dazu auch nochmal später mehr. Weil wenn man diese Chain-Keys speichern würde, und man kriegt die raus, dann kann man nicht nur eine Nachricht damit entschlüsseln, sondern alle, die hier danach gekommen sind. Deswegen sind die deutlich wichtiger zu beschützen als diese Message-Keys, weil wenn man einen solchen Key rausfindet, kann man damit nur eine einzige Nachricht entschlüsseln. Hier wieder dasselbe, wir leiten aus dem Chain-Key den nächsten Message-Key ab, verschlüsseln damit die Nachricht, löschen ihn wieder, nächster Chain-Key, löschen den Nachricht verschlüsseln, löschen, löschen und so weiter. Nochmal alles zusammen, wie passen diese ganzen Puzzleteile zusammen? Wir haben die Ausgangssituation, Alice hat Bobs öffentlichen Schlüssel, also den öffentlichen Part des ersten Kurzzeitschlüssels, Ephemeral Keys, und Bob hat einen Ephemeral Key Pair, also selber öffentlicher Schlüssel und der zugehörige Private Key. Und beide haben diesen dubiosen Master Key. Damit betreiben sie dieses Ratchet und Alice fängt eben an einen Ephemeral Key Pair zu machen und damit haben wir den ersten Root Key und angefangen damit mit diesem Root Key kann man ja den ersten Chain Key ableiten und damit diese Message Chain durchlaufen lassen. Also aus dem Chain Key leitet man den Message Key ab und die Nachricht wird verschlüsselt. Und dann macht man den nächsten Chain Key und so weiter. Eine Message Chain. Das geht so lange wie Alice hintereinander Nachrichten schickt, ohne eine Antwort bekommen zu haben von Bob. Sobald Bob antworten möchte, macht er wieder ein neues Schlüsselpaar und damit einen neuen Root Key und startet seine eigene Message Chain die dann durchläuft und so weiter. Wenn Alice wieder antworten möchte, macht sie ein neues Key PR. Dadurch gibt es einen neuen Root Key, neue Message Chain und so weiter. Wie sieht jetzt so eine Nachricht aus, die verschickt wird? Das ist nur beispielhaft, weil wie man das in der Praxis dann wirklich umsetzt, ist nochmal ein bisschen anders, aber das ist das Minimum an Sachen, die man übertragen muss, damit das Ganze funktioniert. Also wir haben einen Header Key, der ist optional, wie gesagt, nur wenn man die Metadaten im Header verschlüsseln möchte und wir haben ein Message Key. Der Header Key, wenn wir uns erinnern, der wird aus dem aktuellen Root Key abgeleitet und der Message Key kommt aus dieser Message Chain. Das heißt, alle Nachrichten aus einer Message Chain haben alle denselben Header Key. Das wird auch im Protokoll benutzt, um den Austausch des Root Keys zu signalisieren. Wenn der Header Key sich geändert hat, weiß man, man muss einen neuen Root Key machen und das Ratchet weiter laufen lassen. In dem Fall, dass man Header Keys benutzt. Wenn man keine benutzt, kann man auch das anders signalisieren. Müsste ich jetzt nochmal nachlesen, um ehrlich zu sein. Der Header sieht folgendermaßen aus. Der enthält eine Message Number. Das ist die Nummer der Nachricht in der aktuellen Message Chain und eine Previous Message Number. Das ist die Anzahl der Nachrichten. Also wenn ich jetzt gerade eine Nachricht schicke, dann schicke ich, welche Nummer in der aktuellen Message Chain die Nachricht ist. Das war das hier. Aber ich schicke auch, was die vorherige Anzahl meiner eigenen Message Chain war. Da wird man später noch sehen, warum man das braucht. Es ist damit die letzte Message Nummer, damit ist es entweder die Anzahl oder die Anzahl minus eins. Frage war, ob ich die Nummer meine, nicht die Anzahl. Und das ist dieser Public Ephemeral Key, der vorher ausgetauscht wurde, den man vorher gesehen hat, der bei dem Redshot ausgetauscht wird. Und zwar ist der wirklich in jedem Header drin, von jeder Nachricht, weil die erste Nachricht kann ja verloren gehen, das heißt, man schickt den einfach immer mit. Und damit wäre auch dieser Austausch geklärt, wie der zustande kommt. Der Header wird dann mit dem Header Key verschlüsselt, die Nachricht mit dem Message Key und das Ganze zu einem Paket zusammen gebaut. Da kann man noch mehr drum machen, je nachdem, wie man das in der Praxis dann machen möchte, aber das ist nicht Teil von dem Protokoll selbst. So, Frage? Die Frage war, wenn die Nachricht verloren geht, gibt es dann, und ich hoffe, ich habe es richtig verstanden, gibt es dann eine Möglichkeit, im Protokoll festgelegt, um sicherzustellen, dass die neu versendet wird oder man da neu drankommt und nein, gibt es nicht. Man kann nur feststellen, dass die Nachricht fehlt, es sei denn, jemand blockt einfach die ganze Kommunikation, dann kann man gar nichts mehr feststellen. Aber dazu jetzt genau hier, übersprungene Nachrichten. Und zwar, wir haben folgendes Szenario, Alice schickt nacheinander vier Nachrichten in ihrer Message Chain. Dann antwortet Bob, sendet eine Nachricht und Alice antwortet mit einer Nachricht. Wie sieht das Ganze jetzt in dem Fall aus Bobs Perspektive aus? Wir wissen ja, das Internet ist manchmal nicht ganz so zuverlässig oder auch andere Netzwerke. Wir haben vielleicht auch einen Angreifer, der sich entscheidet, einzelne Nachrichten unter den Tisch zu kehren. Schauen wir uns mal an, was passiert. Bob empfängt die erste Nachricht, so weit so gut. Bob empfängt noch eine Nachricht, aber nachdem Bob den Header entschlüsselt hat, sieht er, oh, das ist ja die dritte, nicht die zweite. Da mit der Information, dass es die dritte Nachricht ist, kann man jetzt die Message Chain zwei Schritte weiter laufen lassen. Und dabei wird ja auch der Message Key für die zweite Nachricht hergeleitet. Und den nimmt man einfach und speichert ihn ab, zusammen mit dem aktuellen Header Key in der Liste. So, jetzt schickt Bob seine Nachricht. Wer aufgepasst hat, hat vielleicht mitbekommen, dass Nachricht Nummer vier noch nicht angekommen ist. Aber Bob weiß ja nichts davon. Also Bob macht ein neues Schlüsselpaar, leitet sich einen Hutkey ab, fängt eine neue Message Chain an und schickt die erste Nachricht weg. Und jetzt bekommt er auch noch eine Nachricht von Alice. Okay, soweit so gut. Jetzt schaut er aber in den Header von der Nachricht, die er von Alice bekommen hat und sieht, aha, die Previous Message Number ist vier. Er hat aber nur bis zur dritten Nachricht gesehen, dass Nachrichten angekommen sind. Also macht er folgendes, er lässt die Message Chain so lange weiterlaufen, bis diese Nummer hier erreicht ist und alle Schlüssel, die er dabei findet, die nicht zu einer Nachricht passen, speichert er einfach hier in diese Liste ab, danach kann er alle Schlüssel, die zu dieser Chain gehören, löschen, weil er weiß, da kommt nichts mehr. Einige Zeit später, die Verbindung hat sich wieder eingefangen, Bob erhält zwei Pakete. Bob weiß überhaupt nicht, was da drin ist, kann nicht mal den Header schlüsselt, also wenn man Axelotl mit Header Verschlüsselung benutzt, also fängt er einfach mal an, probiert diesen Schlüssel aus, also dieses Schlüssel Paar aus, es zu entschlüsseln, funktioniert nicht, okay, nächstes, okay, hat geklappt, das war die vierte Nachricht von Alice, kann er den Schlüssel löschen. Jetzt hat er ja nur noch einen Schlüssel zum durchprobieren, probiert den aus und merkt, ja, das war die zweite Nachricht, perfekt, entschlüsselt, kann gelöscht werden. Ein bisschen muss man da aufpassen, wenn man das implementiert, weil angenommen, Alice ist böse und entscheidet sich dazu, sagen wir, die Message Number ist ein 32-Bit-Integer und wir schreiben einfach mal als Previous Message Number hier den maximalen 32-Bit-Integer rein. Wenn man dann nicht aufgepasst hat bei der Implementierung, dann wird Bobs Handy plötzlich total warm und meldet sich erstmal nicht mehr, bis es diese ganzen Keys berechnet hat. Und dazu muss Alice natürlich überhaupt gar nicht so viele Nachrichten verschickt haben. Es reicht ja einfach nur diese Zahl da rein zu schreiben. Genauso sollte man gucken, also wenn man wirklich eine schlechte Verbindung hat, kann es ja auch vorkommen, dass legitim ganz viele Nachrichten verloren gehen. Und in dem Fall sollte man auch die Größe von seiner Staging Area begrenzen. Entweder gibt man den Messages einen Timestamp und löscht sie, wenn sie ein bestimmtes Alter erreicht haben, also den Timestamp oder man limitiert einfach die Größe von diesem Zwischenspeicher und löchst dann, wenn es zu viel wird. Das sind zwei so Dinge, die stehen nicht im Protokoll drin, die sollte man aber beachten, wenn man es umsetzt. so gut, soweit so gut, das war das komplette Axolotel Protokoll, aber es reicht noch nicht ganz aus, um es in der Praxis wirklich einzusetzen. Nämlich erstmal, wo kommt überhaupt dieser Masterkey her? In dem Fall nehme ich die Variante, die Signal und WhatsApp benutzen und die auch ich benutzt habe in meiner Library Molch, um den Masterkey zu bekommen. Und zwar nehmen wir jetzt einfach mal hin, Alice hat ein Identity Key Pair und Bob hat ein Identity Key Pair und das sind wirklich Langzeitschlüssel. Also es ist ein bisschen vereinfacht, WhatsApp hat letztendlich zwei und signiert den einen mit dem anderen, aber das lasse ich mal unter den Teppich fallen, unter den Tisch fallen. Das kann auch ein Schlüssel sein, der mehrere Jahre verwendet wird. Außerdem haben sie, wir wissen immer noch nicht, wo die herkommen, ganz am Anfang, irgendwie muss das noch passieren, aber darauf gehe ich gleich ein, beide haben einen Kurzzeit Key Pair, das sie generiert haben. Das wird für jede neue Konversation, die man anfängt, werden die hier neu generiert. Beziehungsweise Details dazu später. Jetzt macht Alice auf der eigenen Seite folgendes, erstmal Diffie Hellman von dem privaten Identity Key und Bobs Public Family Key. Also wir sehen schon, es sind nicht beides Identity Key, sondern wir haben das ein bisschen durchgemischt. Dasselbe macht Bob auf der anderen Seite andersrum mit dem eigenen privaten Ephemeral Key und Alice Public Identity Key. Wir sehen wieder dieses klassische Prinzip bei Diffie Hellman. Davon die Private Variante landet hier als Public Key und hier der Public Key von dem Key Pair landet hier als Private Key und damit sind die beiden hier gleich. Dasselbe mit Alice Ephemeral Key und Bobs Public Identity Key und auf der anderen Seite mit Bobs Private Identity Key und Alice Public Ephemeral Key. Wieder beides gleich. Das wird aneinander gehängt. Also dieser Strich heißt Verkettung in dem Fall. Und das Ganze macht man auch nochmal mit den beiden Ephemeral Key Pairs. und stopft das dann in Key Derivation Function. Das ist jetzt nicht wirklich Subkey Counter 1, aber ich habe das einfach mal genommen, weil ich meine Key Derivation Function mit Subkey Counter definiert habe und daraus bekommen wir dann den Master Key und haben das Shared Secret. Jetzt stellt sich also soweit so gut, wir haben den Master Key. Die Identity Keys, die werden halt über irgendeine Art von Public Key Infrastructure oder einfach über einen zentralen Server im Fall von Signal und WhatsApp ausgetauscht und den möchte man auch gerne nochmal verifizieren, wenn sich die beiden treffen. Irgendwas werde ich gerade noch. Verdammt. Wo kommen diese Ephemeral Keys her? Und zwar gibt es dafür sogenannte Pre-Keys. Bob wenn er sich bei Signal oder WhatsApp anmeldet generiert erstmal pauschal so N Ephemeral Keys und es gibt einen zentralen Server es kann auch etwas Verteiltes sein er kann das Ganze mit seinem Identity Key signieren dann kann er es lagern wo er möchte dann aber den Timestamp nicht vergessen weil sonst bringt das Ganze nicht so viel wenn man also dann bringt es schon was aber wenn man dann eine alte Variante davon hat dann es bringt nichts die Keys auszutauschen wenn man den Timestamp vergisst jetzt sind auf dem Server die Public Key Anteile von diesen ganzen Kurzzeit Keys gespeichert so jetzt kommt Alice und möchte gerne eine Verbindung mit Bob aufnehmen Alice kennt den Identity Key von Bob kann dadurch verifizieren dass die Prekeys auch wirklich von Bob kommen wobei in diese Herleitung von dem Master Key sowieso die Identity Keys eingehen das heißt da ist man schon mal abgesichert Alice sieht jetzt es gibt n Public Prekeys auf dem Server und schmeißt den Zufalls Generator an und generiert eine Nummer i da muss man auch aufpassen dass man gleich verteilt Zufallszahlen nimmt nicht einfach irgendwas mit Zufallszahlen füllen und was abschneiden oder mit Modulo arbeiten dann kommt nämlich nichts gleich verteiltes bei raus diese Zahl und also diese Zahl und Bobs Identität schickt Alice jetzt an den Server um dem Server zu sagen hey ich hätte gerne Bobs Eton Eton Prekey jetzt kommt der Server und schickt Obs Eton Prekey zurück und danach also das Minus i ist jetzt nicht mathematisch zu verstehen sondern der Eton Key wird auf dem Server gelöscht der wurde verwendet damit ist er verbrannte Erde und soll nicht mehr verwendet werden also wird er einfach gelöscht So Ups Ja das war es eigentlich schon weil damit ist die Frage geklärt wo kommt eigentlich dieser Ephemeral Key her Frage Die Frage war was passiert wenn der Server mehrfach dieselben Ephemeral Keys raus gibt und die nicht löscht habe ich das richtig verstanden ok in dem Fall ist es so dass Bob wenn der Key verwendet wurde den Private Key Part davon auch löscht also funktioniert es einfach nicht also klar wenn man den Identity geknackt hat und den Ephemeral Key auch dann ist das schlecht dann hat man sowieso verloren da hinten war noch eine Frage Die Frage war kann man einfach viele Keys anfordern bis das leer ist also über die Implementierung die Signal und Whatsapp haben weiß ich da nicht Bescheid ich habe es so implementiert dass der Server immer die Liste von allen Keys runter gibt und das komplett auf dem Client verwaltet wird welche Keys gelöscht werden und welche nicht und die Liste ist dann immer komplett signiert mit Timestamp ich muss mir über die Implikationen die das hat aus Sicherheitssicht noch ein bisschen mehr Gedanken machen aber klar wenn das so ist wie ich es verstanden habe bei Signal und Whatsapp kann man von dem Server wirklich alle Prekeys anfordern dann sind da keine mehr auf dem Transport Layer oder so dass sie einfach eine Authentifizierung mit dem zentralen Server haben auf dem die Prekeys gespeichert werden sodass man so einen Unsinn gar nicht erst treiben kann das ist dann aber nochmal eine Protokoll Ebene oben drüber so dann mal zu Signal und Whatsapp als Identity Key verwenden beide Curve 255 19 von Daniel Bernstein oder Bernstein oder was auch immer und für die Ephemeral Keys genauso für die Message Keys werden wird AES 256 und für Authentifizierung HMAC Schad 256 verwendet also HMAC ist dieses HashMAC das wir vorher gesehen haben in dem Fall ein Message Authenticator basierend auf Hash Funktionen man kann mit beliebigen Hash Funktionen mehr oder weniger also in Anführungszeichen kann man solche HMACs bauen das ist einfach eine allgemeine Art und Weise wie man aus einer Hash Funktion einen Message Authenticator macht und Header Keys haben beide keine das machen sie vermutlich deswegen nicht weil das braucht mehr Bandbreite weil man noch Nonsense oft verwendet die man übertragen muss und noch mehr Overhead hat insofern da sie Transportverschlüsselung haben und man sowieso mehr oder weniger rauskriegt welche Nachrichten welcher Reihenfolge abgeschickt wurden macht es dann auch keinen Sinn die Message Numbers zu verstecken im Header ja so wie funktioniert Gruppenchat ja die Frage war ist spezifiziert das Protokoll welche Kryptoprimitive verwendet werden die Antwort ist nein im Protokoll steht überhaupt nicht drin welche Primitive man verwenden soll sondern nur was die für Eigenschaften erfüllen soll ach so in Signal und Whatsapp angenommen entscheidet sich in einem Jahr das HMAC Schatz 256 optimal okay also die Frage war wenn wenn man merkt dass ein Primitiv kompromittiert wird ist dann in dem Protokoll eine Möglichkeit verankert um auf ein neues umzusteigen in Axolotl selber nicht bei Signal und Whatsapp ich denke die updaten einfach die Clients fertig weil sie die gesamte das gesamte System kontrollieren und keine verschiedenen Server haben die betrieben werden und miteinander reden insofern kann man den Server austauschen die Clients austauschen und man ist umgestiegen mit einer Übergangsphase so wie Whatsapp das auch gemacht hat von kein Axolotl auf Axolotl Frage Frage zweit Frage okay das dann muss man das einfach ja die Frage war wie kann man dann die Übergangsphase machen wenn wenn man ein Protokoll braucht um die Übergangsphase zu machen aber letztendlich ist das eine Frage der Implementierung und wie Signal und Whatsapp das genau machen weiß ich nicht und ich habe es noch nicht implementiert weil meine Library noch nicht so weit ist okay ich gucke mal auf die Zeit ja nächste Frage stimmt ich erinnere mich gerade es war ein Einwurf bei Signal gibt es eine Protokoll Version und ja ich erinnere mich ich habe mir das nämlich auch schon angeschaut offensichtlich die schicken in jeder in jedem Header mit was die aktuelle Protokoll Version ist und welche die gerade verwendet wird und was der Client maximal unterstützt ja die Protokoll Version ist mit authentifiziert ja die ist in dem Header mit drin ja wie ist es wenn ich mehrere Clients auf einem Nutzer drauf habe weil dann habe ich ja alle Clients noch die Protokoll in Specht mehrere Clients auf einem ja bei Signal kann ich ja mehrere Clients in den gleichen Benutzer auflassen das sagen mein Handy und die Computer und die müssen ja das kann reichen wenn einer von beiden online ist und alle nach ich glaube ich kann die Frage war es gibt verschiedene es können mehrere Clients mit demselben Benutzer existieren bei Signal wie macht man das da mit der Protokoll Version also ich wusste vorher gar nicht dass es verschiedene Clients mit demselben Benutzer geben kann insofern müsste ich mich da selber nochmal einlesen es gibt den Desktop Client und den iOS Client bevor die Zeit ausgeht mache ich jetzt erstmal noch das fertig und danach kann ich nochmal weitere Fragen beantworten wie funktioniert der Gruppenchat bei Signal ist das ganz einfach umgesetzt jeder Gruppenteilnehmer startet mit jedem anderen Gruppenteilnehmer eine neue Verbindung über dieses Ratchet und damit gibt es N über zwei gleichzeitige Verbindungen zwischen verschiedenen Gruppenteilnehmern und wenn ich eine Gruppennachricht in die Gruppe schicke muss ich bei einer Gruppengröße N Nachrichten verschicken dadurch kann es auch N mal unabhängig voneinander passieren dass das Ratchet dabei kaputt geht oder eine Nachricht nicht ankommt und sonst was WhatsApp hat sich da was anderes zu überlegt beziehungsweise wahrscheinlich war es auch derselbe Maximalenzweig der es auch bei Signal gemacht hat vielleicht steigt auch Signal darauf um aber das hängt glaube ich davon ab was die Security Implications sind wir haben Alice und eine Gruppe Alice möchte der Gruppe beitreten und generiert dafür ein Chanky und ein Schlüsselpaar zum Signieren und die werden beide an jedes Gruppenmitglied geschickt also über Standard Axolotl eine ganz normale Axolotl Verbindung mit jedem anderen Gruppenmitglied sowie die Gruppen Nachrichten in Signal Implementiert sind auch jetzt haben alle Gruppenmitglieder Alice Chanky und Alice Signier Key jetzt startet Alice einfach damit mit dieser Message Chain weiterzuführen und Nachrichten an die Gruppe zu schicken und mit ihrem Schlüsselpaar zu signieren und damit können alle und das wird dann an den Server geschickt einmal und der Server verteilt das dann an die einzelnen Teilnehmer der Gruppe und die einzelnen Teilnehmer der Gruppe führen einfach dieselbe Message Chain mit diesem Key durch und überprüfen ob es wirklich von Alice stammt mit dieser Signatur was was für implikationen hat aus skriptografischer Sicht da hatte ich noch nicht genügend Zeit mir drüber Gedanken zu machen oder drüber zu lesen habe ich auch nicht allzu viel gefunden das ist nur aus dem Security White Paper von Whatsapp wenn jemand die Gruppe verlässt dann generieren alle Gruppen Mitglieder neuen Chain Key damit die Person die Gruppe verlassen hat nicht mehr weiter die Nachrichten entschlüsseln kann ja genau ja das sind meine Quellen ich gehe die noch mal kurz einzeln durch das ist das Axolotl Ratchet die Protokoll Spezifikation die die auf den Folien vorher auch zu sehen war wurde umbenannt zu Double Ratchet ich weiß nicht ob das alles jetzt noch Axolotl heißt oder Double Ratchet oder Signal Protokoll keine Ahnung außerdem die Protokoll Beschreibung dafür wie Signal Axolotl einsetzt also wie sie den Master Key herleiten und lauter solche Geschichten und wie die Nachrichten aufgebaut sind das wurde leider gelöscht ich weiß nicht warum Moximalian Spike hat das ich glaube im Februar oder so gelöscht oder März man findet es aber noch in der Git History von dem Wiki Repository dann verschiedene Blogposts von Open Whisper Systems die sind sehr interessant die kann man sich einfach mal durchlesen liest sich ganz gut durch und das Security Whitepaper von Whatsapp da steht dran wie die diese Gruppenschats machen und so weiter und dasselbe nochmal für Open Whisper Systems und Signal das war das Ende Folien findet man hier auf meiner Webseite unter maxbruckner.de slash gpn16 man braucht aber einen Unicode Font dafür der Emoji kann ist noch Zeit für Fragen also ok wenn mich keiner stoppt dann nehme ich auch noch Fragen an nehme ich mal hier ist es mit Axel Loffel möglich mehrere Kleins des gleichen Nutzers zu betreiben wenn man man kann den Identity Key auf mehrere Clients drauf machen ist nicht unbedingt eine gute Idee aber kann man machen und dann neue Ratchet starten mit jedem einzelnen Client aber eine Möglichkeit wie man wirklich dasselbe Ratchet über mehrere Clients betreiben kann da wüsste nicht wie das gehen soll vielleicht über shared memory über devices hinweg da hinten lauter bitte dass bei WhatsApp die mehr und Clients limitiert sind dass die App alles end oder das andere über die App läuft Okay der Einwurf war dass die Zusatz Clients bei WhatsApp die eigentliche App mit dem Schlüssel mehr oder weniger nur als Proxy benutzen und dass das einzige ist was die eigentlich das eigentliche Ratchet betreibt alle anderen holen sich das von diesem Handy das muss dann auch online sein würde ich annehmen oder irgendwie verbunden sein mit den anderen Clients Ja Okay Hier Okay Frage Ist es ein Problem genügend Zufall für neue Schlüssel zu bekommen Wenn der Zufallszahlen Generator von Linux mal einigermaßen gut gesiedet ist Also ich weiß jetzt nicht wie Apple das macht aber ich hoffe die wissen auch was sie tun Man kann nur hoffen Wahrscheinlich steht es auch in deren iOS Security Whitepaper drin aber das habe ich nicht gelesen Ich gehe davon aus dass der View Random unter Linux oder eben der Get Random System Call ausreicht um genügend Sicherheit zu bekommen Das sind ja nur Ephemeral Keys die kurz verwendet werden die Identity Keys die da kann man dann vielleicht mehr Aufwand betreiben aber ich glaube auf dem letzten Kongress gab es auch nochmal ein Talk zu dem Thema reicht das eigentlich aus und braucht man Dev Random unbedingt zu verwenden oder kann man auch Dev Random verwenden Ich vertraue einfach darauf dass es funktioniert weil genügend Leute der Meinung sind dass es ausreicht Ja Hat da mal jemand gefragt wegen dieser verschwundenen Spezifikationsseite Hat da jemand gefragt wegen der verschwundenen Spezifikationsseite Normalerweise denkt man das verschwinden nur dann wenn es irgendwas anderes abgelöst wird Also ich habe nichts gefunden keine neue Version davon irgendwo gefunden und ich habe auch keine Informationen darüber gefunden warum es gelöscht wurde ich habe aber auch nicht selber nachgefragt also bei Open Whisper Systems Okay Sonst noch irgendwelche Fragen Gut keine mehr Achso ja eine noch Achso du meinst jetzt die Frage war was steht in dem Header noch so drin Du meinst bei WhatsApp und Signal Achso nee das ist im Vergleich zu E-Mail Header das ist kein großer Haufen Text mit allem möglichen sondern das sind ein paar Felder die gefüllt sind also im Fall von WhatsApp Signal zumindest Signal ob es eine Pre-Key Message ist also die erste Nachricht die neue Konversation startet oder nicht die Protokoll Version und dann die ganzen also der Ephemeral Key die beiden Message Numbers und mehr braucht man eigentlich nicht dann vielleicht noch irgendwelche Nonses also diese Number Used Once für die Kryptoprimitive aber sonst nichts ja also die Frage ist was ist wenn die Pre-Key Liste mal leer ist die Frage kam eigentlich vorher schon mal ja dann hat man Pech gehabt dann kann man keine Nachricht verschicken ja woher weiß der Client dass er neue Pre-Key auf dem Server laden soll ich weiß nicht wie es in Signal und WhatsApp gemacht ist bei mir ist es so in Molch dass die ganze Pre-Key Liste sowieso auf dem Client verwaltet wird und ausgetauscht werden die dann wenn sie verwendet wurden also man merkt ja dass der Pre-Key in einem header drin stand und danach kann man austauschen aber ich denke dass es da dann auf der Protokollebene irgendwas geben wird also auf der Protokollebene oben drüber die Kommunikation zwischen dem Server der Pre-Keys speichert und dem Client die dann dem Client sagt bitte mach mal ein paar neue Pre-Keys alles Spekulation aber ja bei Molch habe ich jetzt momentan 100 genommen bei WhatsApp und Signal weiß ich es nicht ich glaube also ich verwende eine feste Anzahl aber von dem was ich im Security White Paper von WhatsApp gelesen habe ist die Anzahl dort glaube ich dynamisch und wie viele weiß ich nicht also ich habe mir auch den Quellcode von Signal nicht ich habe ihn mir angeschaut aber ich bin schreiend weggelaufen nicht weil das schlecht ist sondern weil ich nicht ich tue mir manchmal schwer bei großen objektorientierten Anwendungen da den Durchblick zu behalten ich habe nicht die Stelle gefunden an der das Axelotl Ratchet eigentlich passiert das war irgendwo verteilt und dann zu viel Code um sich das kurz mal anschauen gut war es das mit Fragen okay dann sind wir hiermit fertig ja okay thank you Untertitelung des ZDF, 2020